Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. So, wir haben jede Menge Champagner besorgt. Und den wollen wir natürlich auch wegbringen. Eigentlich ist unsere Aufgabe das Wrack des Hubschraubers zu untersuchen. Das ist aber glaube ich auch da in der Nähe. Zeit für Alkohol. Wir haben einiges an Champagner bekommen, was wir abgeben wollen. Da müssen wir eigentlich hin. Aber wir sehen nicht wo das ist. Irgendwo da war das. Wir haben das hier unten noch gar nicht angeschaut. Ich glaube wir gehen einmal hier durch. Ja, ich würde sagen wir gehen einmal hier durch. Und wir sehen ob hier noch irgendwelche Nebenquests sind. Das ist immer ein Gegenweis da. Wir gehen nach dem Strand. Wir gehen nach dem Strand. Wir haben die Klappen. Das wird schon noch geklappen. Auch. Ja, das hat schon mal gut geklappt. Hm, something good in here? Ah, ja, natürlich. Aha. So sieht es nämlich aus. Also wir sehen schon jede Menge Zockens wieder mal. Oh, wo kommst du denn her? Stufe 19. Oh, okay. Da passen sich die Gegner mit an. Aber... Da waren wir nämlich auch noch nicht drauf. Schauen wir mal was hier im Klappen ist. Oh, genau. Oh, das ist jetzt hier ein bisschen Hauptmesser. Rabt kein Mensch. Boah, sind da viele Gegner. Hör! Nur ne Batterie, nicht schlecht. Also was bewachen die denn hier so vorne? Das ist sehr seltsam. Wir rennen mal dran vorbei, damit wir sie alle anlocken. Au, ja super angelockt. Ah doch, klappt doch. Also, ja, schön wackelt die Wackel. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Einmal was zu trinken. Genau. Okay. Also noch looted sich nicht so. Ah, Elektrofall ist nicht schlecht. Ja, dieser Ausweis zum Sammeln. Wieso Frülle? Wasser. Champagner hätte ich nicht gefunden. Champagner hätte ich nicht gefunden, ja. Oh Gott, wie oft häng ich echt gefällt, ey. Oh, keine Reihe. Komm doch da hinten auf der Hütte noch irgendwo was ist. Au. Wer ist hier? Ja, toll. Jetzt fällt es auch noch irgendwo da durch diese Rille durch. Aha. Eine Machete. Geht von den Werten gar nicht so schlecht, oder? Was steckt hier hier? Okay. Wo geht's hier rein? Was? Kann da gar nicht rein? Na super. Oh, was? Kann ich das übersehen? Noch eine Machete? Noch eine Machete? Noch eine Machete? Okay. Okay. Ich meine, wenn wir nicht so hoch power sind, sind die gar nicht so schlecht. Die machen ja jetzt schon 200. Über 200 beide. Aber die anderen Waffen montan sind stärker, deswegen... Was machen wir erst mal ab? Machen wir auch was langes? Ja. Die ermüdende Angst, natürlich. Was? Können wir hier abkürzen? Dann können wir da rüber stürmen. Ah, zuverlässend schweber bereits. Nein, können wir sie nicht schweben. Keine Ahnung wo die Leiche hingefallen ist. Wenn sie wieder abkürzen können! Wir gehen an den Hallen vorbei. Das muss nicht sein. Rennen, 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 rennen. Abgehängt würde ich sagen. Also der Wegweiser auf der Minimap ist mal wieder totaler Hot. Hier auf dem Strand ist auf jeden Fall der kürzeste Weg. Ah, jetzt will er den Weg gehen, ok. Sehr strange. Ob das mit Absicht so ist, damit man verwirrter wird hier. Keine Ahnung. Ein bisschen Geld. Was da hinten auch in der Kür rumliegt. Oh, das ist voll krass. Bleib mal ruhig da gegen. Energie. Hier. Nice. Was tun wir hier? Das Alkohol. Ein Ausweis. Bleibst du wohl liegen. Oh, der hatte viel Geld bei sich. Ein nettes Hackmesser. Oh, das war mein Geld. Oh, das war mein Geld. Oh. Oh, das war mein Geld. Oh, das war mein Geld. Oh, das war mein Geld. So, die Achse ist schon wieder kaputt. So, Mist. Die Gegenstände geht viel zu schnell kaputt. Okay, wir haben auf jeden Fall unseren Punkt erreicht, wo wir hinwollten. Jetzt gehen wir hier rechts drum herum hoch. Bis da oben hin, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich dieses Gebiet auch erkundet. Falls da irgendwie noch ein paar Festgeber sind, direkt wird sie nicht verpassen. Ja, da ist einer von den Schreihelfen. Da ist noch einer von denen. Das ist so, ne? Ich glaube, äh, wir lassen sich mal was brennen. Da ist der Fall. Oh, Schande. Schande, 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 schande. Halt dich mal. Wir haben keine Heilung. Eine Heilung? Schande. Wir hätten uns ein paar Heilmittelzeug kaufen sollen. Äh. Das ist ärgerlich. Ah, ja, genau. Er hat sich in eine Sekunde umgedreht. Das ist ein kleiner Tipp. Toller Tipp. Ja, obwohl sind wir jetzt am Arrasch der Welt. Wieso haben wir jetzt höheren Energiebalken? Das kapiere ich auch nicht. Sehr seltsam. Wir sind... Ja, in etwa genau da, wo wir gerade auch waren. Strange, ist nicht? Ja, also den sollte ich auf jeden Fall auf Fernkampf machen. Fall da runter. Soll mir auch recht sein. So eine Monofaukacke war ja schon mal ziemlich gut. Aber... ...ich hätte da auch noch... ...auf jeden Fall den... ...dann die Waffen auf ihn werfen sollen. So eine Menge gemacht. Ja, Kerl, du bist genau unter mir. Und nun? Dummerer Zombie. Hier gibt es eine Leiter. Komm mal hier hoch. Keine Lust? Oh! Wo kommst du denn her? Ja. Das ist immer gut. Paddel. Darungsmittel. Ein weiterer Fang. Ja. Aha, da haben wir eine weitere Quest, sehr gut. Help me! Kill them, kill them all! What the hell is happening here? What the fuck is wrong with them? I was staying in the diamond bungalows and I made a run for it. I didn't get too damn far, as you can see. Here, take this key, if you the guts to go to my bungalow, everything there is yours for the taking, you earned it. There may be some other survivors who need your help back there, help them. Don't help them, not my concern. Right now, I just need to get the hell off this island Okay, Haus voller Überraschung Sollten wir uns auf jeden Fall anschauen Well, what do we got here? Wieder ein nettes Beil Schauen wir doch gerade mal Quest Haus voller Überraschung Wo genau ist das denn? Ah, das liegt sogar auf unserem Weg Das ist hervorragend Naja, gefährlicher Stock, na ganz toll Das ist natürlich super, dass die eine hohe Reichweite haben Diese fähigen Stöcke, aber Nicht das, was ich unbedingt brauche Schläft hier ja einer? Hört sich fast so an Nein, das ist ein Schläger Okay Okay, du Mistschläger Der ist sauschnell Der ist sauschnell Das ist aus der Brat, der ist aus der Brat, der da ist ein Schlager Da haben wir die Geld, ok. Warum nicht? Da können wir ein paar Energy Rings reinpfeifen. Okay, das scheint an zu sein, wo wir nicht rein können. Können wir auch schon mal abhaken. Kann ich an den vorbeischleichen? Äh, ich merke mich, ich hab's da nicht. Okay. Da haben wir so kaputt. Hm, war nicht frei in dem drin. Das ist strange. Hm, ob besser mal nichts fehlt. Nervige Säge erstmal weg. Geht hier nicht rein. Geht's auch nicht rein. Ah, Baseballschläger ist zwar ganz nett, aber... Er häschelt hier rum. Ich hab's genau gehört. Also Komarang ist... Das können wir immer weiter ballern. Oh, da ist wieder einer von den großen. Wir können da nirgendwo rein. Oh, da ist eine Insel. Können wir uns die Insel mal anschauen? Ja, warum nicht, ne? Ah, okay. Verlässt den Spielbahnreich. Ich hab ja super was gebracht. Hallo, Schrei-Hals. Ja. 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 Yummy, yummy. Okay. Schrei-Hals. Klinge. Zack. Kopf ab. Weil es so lustig war. Makaber. Okay. Wir haben hier einen weiteren Energy Spring. Kannst wir jetzt nochmal Schaden nehmen. Geld. Alkohol. Tauber Messer. Tauber Messer. So. Schauen wir, was wir gegen dich machen können. Einmal. 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 Wenn wir keine Boberungs haben, klappt das. Wenn wir keine Boberungs haben, haben wir ein Problem. Weil dann habe ich nicht genügend Muni. Fernkampf. That's the way, aha, aha, I like it. So, und bevor wir da oben hingehen, machen wir mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.